Und für Belgien, Marlies Bressa am Ball. Der schöne Durchschlagssprung hat es an den Gang. Durchschlagssprung in Verbindung mit Durchschlagssprung halbe. Sehr schön, auch an der Streckseite muss jetzt hier ein bisschen nachkorrigieren und wackelt. Auch eine sehr schwere Verbindung. Man merkt sich etwas nervös. Ich kann nicht gut nachempfinden. Jetzt kommt noch der Abgang. Doppelbild sehr schön gelandet, sie freut sich.